Leute, heute werden wir Häuser zerstören. Guck mal hier, wir haben hier einen riesigen Villager, der hier durchs Fenster guckt, so ein Monster. Der Zähne. Und das hier sind Häuser, die wir mit einem Bogen zerstören können, die explodieren dann auch so richtig, zusammen natürlich mit Meister Ben. Ich bin TNT-Meister Ben, ja gut. Jawohl, wir sind hier gerade in der Lobby und hier kann man irgendwas kaufen. Wir spielen die Mamm einfach blind, würde ich sagen. Es gibt verschiedene Waffen, okay, die scheinen sehr heftig zu sein. Ja, wir müssen auf jeden Fall mit einem Bogen. Es gibt auch Power-Ups, um den Bogen nochmal zusätzlich zu laden. Naja, lass einfach mal starten, Elina. Lass einfach mal schalalalalala. Let's go. Hä, die bewegen ja den Mund, Alter. Das ist so ein Power-Up, das ist so ein Bogen, Elina. Ich komme nicht hin, ich komme nicht hin. Auch nicht, auch nicht. Man, kein Mensch, du wirst hier das... Wir müssen denen erstmal zuhören. Okay, wir müssten jetzt eigentlich diesen Bogen hier nehmen. Ah, ich habe ihn. Oh ja, ich habe ihn auch. Einfach machen und das kleine Haus zerstören. Ich glaube, das kleine Haus, ist das mit dem Pfeil oben drauf? Meinst du, ist das mühse? Boom. Oha, Alter. Hä? Shit. Hä? Das war ja mal wirklich cool. Einfach Minecraft 2020. Okay, jetzt sagst du... Warte, lass warten, bis der Text weg ist. Wir wollen das hier in voller... Pass auf. Okay, die Schmiede. Let's go. Go. Hä? Hä, der hält einen Schuss aus. Ah. Alter, wie ist es weggescheppert. Das ist so weggescheppert. Da ist wie so eine Dingsbums. Das sieht mega cool aus. Jetzt die Kirche, du bist dran. Da brauchst du safe drei Schüsse oder so. Okay. Boom. Hä, du hast gar nicht getroffen bei mir. Ach so, ich habe auch irgendwas komisches gerade gemacht. Ach so, warte. Ich glaube, ich bin hier... Bin ich doof? Ah, jetzt eins, zwei, ich sag doch, drei. Drei. Boah, krass. Irgendwann wird die Waffe dann wahrscheinlich zu schwach. Das ist so gut gemacht. Das hat safe lange gedauert. Helfen, Oskar. Du bist dran, Ben. Eins, zwei, drei. Drei. Oh mein Gott, so krass. Okay, und jetzt kriegen wir eine bessere Waffe, oder wie? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Ben, Alter? Oh Gott. Junge, guck mal davor. Hä? Wave one, Idina, wir müssen irgendwas machen. Da ist ein Villager. Äh. Was müssen wir machen? Wir müssen die Häuser zerstören. Ach, unten, die Schlangen. Die Schlangen müssen wir. Wir müssen die Häuser zerstören. Boom. Die Häuser, ich sehe nicht. Ach, da. Und die Schlangen auch. Die Schlangen wahrscheinlich. Nee, die Schlangen sind hinter uns. Häuser. Wir retten wahrscheinlich. Retten die uns, Idina. Die töten uns. Die Schlangen, hä? Nee, die sind doch, die gehören doch zu uns, oder? Ah, nee, ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Das ist das Heftigste, was ich je gesehen habe, Idina. Ja, ohne willst du nicht mehr bisher war so krass. Wow, ohne willst du, Alter. Das ist... Wir müssen ja... Es kommen halt immer bessere und immer schneller Häuser. Okay, dafür brauchen wir mehrere Schüsse. Ja, ja. Und dann kannst du dir halt bessere Waffen kaufen für einen höheren Highscore. Und dann kannst du schneller die Häuser kaputt schulen. Hä, ist ja mega cool, Alter. Idina, schieß doch mit, du. Entschuldigung, ich bin gerade... Äh, ein bisschen... Das sieht krass aus, ne? Ja, das ist ultra krass. Nice, gut, stabil. 100 muss das Ziel sein, Idina. Zwei. Hey, da rechts ist was Kleines. Jetzt wird es kompliziert, Idina. Siehst du das rechts? Ja, ich sehe das, ich sehe das. Hey, das ist voll schwer zu treffen. Oh, muss man das zerstören? Ich glaube nicht. Da ist ja kein Haus. Ich glaube nicht. Da hinten ist sogar noch... Kann man den Brunnen treffen? Keine Ahnung. Moment, wir kommen den Ding, glaube ich, näher, oder? Ja, kommen wir auch, Alter. Da muss es kaputt... Oh, shit. Was müssen wir kaputt machen? Man kann... Ja, das Kleine. Da ist ein Power-Up. Da ist irgendwas Neues. Ich habe es abgeschossen. Geil. Äh, Power-Boat charged. Power-Boat? Jetzt hat er mehr Kraft. Hinter uns. Da ist er. Wo? Da, Brett. Da ist ein Brett, Idina. Oh, kann man nicht abschießen nach hinten. Hä? Aber dieser Power... Der Power-Boat, ich kriege den nicht kaputt. Ich kriege das nicht kaputt. Ja, weil wir schon vorbeigefahren sind, kann das sein? Ja, das kann sein. Die kann man irgendwie nicht kaputt machen. Da ist noch ein Power-Up. Was kann das? Laser? Laser, hol dir mal den Laser. Habe ich doch gerade schon. Ja, aber du musst ihn ja auch greifen. Ach so. Ach so. Oha, Alter. Siehst du das? Oh, ja, ich sehe das. Jetzt, schieß ab. Bam. Ach so, ich habe die andere Waffe gar nicht genommen. Jetzt checke ich das erst mal. Oha, Alter. Guck mal, wie heftig der Laser ist. Okay, jetzt kann ich noch das Brot... Nee, Brot... Doch. Was hast du gemacht? Nein, Ben ist runtergefallen. Ja, aber ich bin tot. Du musst allein, weil du magst. Ich muss allein, oh nein. Ich bin dort der Plattform runtergelaufen. Oh, das war natürlich nicht so. Egal, du schaffst das in dir, du schaffst das. Eins, zwei. Okay, dank diesem Power-Bow brauchen wir nur noch zwei Schüsse, um die Kirchen kaputt zu machen. Du hast ein Item, guck mal. Ich habe ein neues Item? Nee, in die andere Richtung. Du solltest auf die Plattformer springen am besten. Auf welche Plattform? Ja, nach links. Mein Bogen ist kaputt gegangen. Dann kannst du die Items besser nehmen. Ich bin noch... Ich fühle mich hier wohl. Repair Floor? Was ist der Repair Floor? Ich habe keine Ahnung mit dir. Das ist nur, dass hier richtig heftig Blöcke oben fliegen. Oh mein Gott. Den hatte ich fast übersehen. Aus... Wie kannst du... Ja, das Ding ist größer als der Villager. Ich war beim Repair Floor noch. Komm schon. Alter, das ist halt heftig ausgehalten. Bälle 2 von 5. Ja, Moin, ich bin schon tot. Ja, das war natürlich nicht so schlau, wenn, dass du dich... Oh, was ist das da? Was ist das da? Neues Power-Up. Laser. Ey, die kannst du aber nicht unendlich... Na doch, ja. Nee, man kann die nicht unendlich benutzen. Nee, nee, kannst du nicht. Aber kannst du nehmen jetzt. Laser. Drei Häuser. Drei Häuser. Alter, der one-shottet die. Ich will auch wieder mitspielen. Oh Mann, Ben. So ein Fail. Ich wusste nicht, dass wir auf einer Plattform stehen. Ich habe das gar nicht gecheckt. Oha, Alter. What's this? Neu... Oh. Oh. Das war close. Neu Holzgas. Alter, wie heftig war das so. Destroy Houses. Hä? Muss ich das erst mal auswählen? Ja, du solltest erst mal was... Tö... Ah, du wärst gestorben jetzt, Elina, ne? Nee. Natürlich, da waren drei Häuser. Die schon... Guck mal, ey, die Häuser werden auch schneller. Oh, die kommen auf mich zu. Shit. Schieß das richtig? Shit. Das wird schon knapper, Elina. Ja, ja. Well. Der Gas links. Deine Plattform brennt. Die muss das Feuer löschen. Nice. Gut, 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 gut. Jetzt das Haus, Haus, schnell Haus. Shit, 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 shit. Da kommt ein kleines auf mich zu. Da kommt ein kleines auf mich zu. Warte, 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 warte. Recht, jetzt, warte. Nein, 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 nein. Oha. 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 Nein, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Ach, du, hä? Ich sterb noch nicht. Ach, du, ich dachte, du stirbst. Ja, die Plattform muss kaputt gehen. Warte, ich verstehe. Die Plattform muss kaputt gehen. Die machen meinen... Ja, die ist übel kaputt jetzt. Immer mehr kaputt. Ja, ja, stimmt. Ich brauche Technikensupport, Ben. Ja, du bist weggegierter. Das war's, äh. Schlicht im Schaf. Vielleicht haben wir jetzt bessere Waffen. Scheiße. Oh, jude, us. Hab verloren. Vielleicht haben wir jetzt bessere Waffen. Einfragisch. Ach, nee, es gibt, glaube ich, gar keine besseren Waffen. Nein, die kriegen die Power-Ups halt immer peu, peu, peu. Hatten wir alle? Warte. Difficulty Easy. Normal. Hard. Insane. Laser. Difficulty Laser. Boah, wir wollen wir Laser machen. Was ist das Verfahren? Ja, wir machen sowas von Laser machen wir jetzt. Okay, Leute. Laser. Du musst den Bogen schnell holen. Laser, 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 Laser. Bogen musst du holen. Oh, no. Du musst drüber sprengen. Das ist Obsidian-Haus. Würdest du mich rollen, Alter? Oh, mein Gott. Schnell, schnell. Ich mach das andere, solange. Nice. Wenn wir hier 100 schaffen, wer... Das... Was ist das überhaupt? Das Haus sieht aus wie... Ausgekackt. Ich mach das andere Haus. Ach, das sind zwei Häuser. Du musst nicht voll aufladen, ne? Für den Shot. Ach so. Aber ich muss dann halt treffen, ne? Ja, ja. Tisch lang. Komm, komm, komm. Oh, oh. Alter, das wird durchkommen jetzt, ne? Du musst die anderen hinter... Hinterhäuser. Nee, das forderst du immer. Oh, das war schnell. Egal, Hammer. Wenn wir Welle eins schaffen, ist immer schon gut. Ja, sehr gut aus. Full concentration. Full concentration. Full concentration. Oh, schnell ist er aus rechts. Schnell ist er aus rechts. Schnell ist er aus rechts. Ich schieße doch. Ich schieße doch. Gut. Ich bin aufgeregt, Elina. Das ballert. Das scheppert rein. Das scheppert rein. Ja, okay. Schade. Das hat reingescheppert. Oh, aber was ist nicht gekriegt, denn? Ich kann doch nicht mehr eins schießen. Auch vielleicht voll aufgelahrene Schüsse mehr abziehen? Ja, das meine ich ja. Nee. Könnte... Oh, shit. Oh, shit. Okay, das schießen sie nicht. Aber da steht eh nie. Das ist kein Problem. Das ist komplett reingescheppert, Elina. Okay, dann hier. Sei sorgsam mit deinen Pfeilen. Der hat nicht so viel Durability. Nice. Okay, die schieße ich jetzt nicht ab. Das ging mir easy. Ja. Noch andere Power-Ups? Da hast du noch einen Power-Up. Laser. Okay, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Soll ich den nehmen? Noch nicht, Laser. Ja, ich weiß, aber soll ich den nehmen? Nee, ich nehme den. Du hast schon den Power-Up. Was denn? Ja, dann nehmen wir ihn aber auch. Alter, hä? Guck mal, wie viel Score wir schon haben. Das geht schneller hoch, weil es ein höherer Schwierigkeitsgrad ist. Ja, ja. Das ist ein neuer Rekord. Safe. Wie hattest du? 355 hatte ich. Ja, easy, Alter. Wie bist du ein neuer Rekord? Problem ist, ich kann gleich nicht mehr sprinten. Dann kann ich nicht auf die anderen Platzworte springen. Du hast Brot hinter dir. Brot haben wir immer. Ja, mal kurz Power-Bomb, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Ja, hab Brot. Da ist noch was. Oh, Ben. Alter, nicht schon wieder. Ich bin runtergefallen, weil ich nicht mehr sprinten konnte. Weil ich in dem Moment nicht mehr sprinten konnte, bin ich runtergefallen. Oh mein Gott, Ben, Alter. Es war ohne Witz nicht meine Schuld. Mein Laser funktioniert nicht bei dem Haus. Doch, der funktioniert. Wir haben nichts zur ersten Welle geschafft. Es war so bitter, Elina. Oh, zwei Gas. Mein Laser habe ich voll... Oh mein Gott. Es war zu mir so leid, Elina. Oh Mann, Ben, Alter. Mein Laser hat nicht funktioniert bei diesem Riesenhaus. Ja, ich hab's gesehen. War es zu mir so leid. Aber es war nicht meine Schuld. Doch, es war wohl deine Schuld. Ja, aber nicht ganz. Ben, wie lange spielst du schon Minecraft? Ja, aber ich konnte ja auf dem Hinweg, konnte ich noch sprinten. Den ersten, den krieg ich leider nicht mehr. Das müssen wir uns leider bestellen können. Oh nein, ich bin tot, ich bin tot. Naja, wenigstens haben wir die erste Welle geschafft. Hätte Ben ein bisschen länger überlebt, hätten wir sicher nicht auch mal alle geschafft. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr alles blinkt, den Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst doch ein Abo da. Darüber freue ich mich umso mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und guten Abend. Haut rein, Leute. Tschau. Tschau.